So, und dann melde ich mich auch schon wieder zurück. Da ich ja wie gesagt heute Abend arbeiten muss, möchte ich ein paar Spiele in Voraus aufnehmen, damit ich die nur noch hochladen brauche. Aber wie gesagt, dann macht mir ja teilweise das Speichermodul ein Strich durch die Rechnung. So, und auf geht's. So, und dann geht's. So, und dann geht's. So, und dann wollen wir mal gucken, ob wir endlich mal gegen Kassel gewinnen können. Erste Bulli haben wir schon mal verloren. Ach nö. Keine Minute gespielt und direkt die erste Strafe. Okay. So. Aaaaaahhhh. Jooo. McDonald. Wooh. Nein. Nein, nein, nein. Gut, so, wunderbar. Ich habe keine Lust wieder zu verlieren. Also, anstrengen. Ah, schade. Da hat der Kreuzer den Puck nicht richtig unter Kontrolle gekriegt. Und die nächste Strafe. Och, nö. Und die nächsten zwei Minuten. Och, ey, Schiri, hast du was gegen mich oder was? Ja. 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 So. Jawoll. Schön in Unterzahl. Schön. So gefällt mir das. Und jetzt bloß nicht nachlassen. Dieses Tempo direkt aufrechterhalten. Naja, so bestimmt nicht. Ja. 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 Oh, we could have seen one or more short-handed goals, but for the effort in net here, without question. And that is a surprise. I mean, the ice is tilted the wrong way here. Okay. Okay. Ah. Gut, 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 gut. Das Powerplay von Kassel war jetzt mal für den Allerwertesten. Zum Glück. Gut. Good sheet of ice right there, all the way up to the point. To McDonald. Killing another penalty. Can he get another short-handed goal? He's got one on the board. Two traverses. One time. One time. That had goal marked on it. 15 Tore, 8 Assists. Wenn ich mir andere Spiele angucke, die schon weit mehr haben. Oh je je. So. Nein. So, jetzt ab nach vorne. Ab nach vorne. Attacke. Ah. 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 Okay. Okay. Uh, das hätte jetzt aber auch in die Hose gehen können. Ah. Shit thing. Oh. Puh. Reimer. Und schon wieder Penalty. Hahahaha. Hoffentlich macht's das der Reimer besser als der McDonald im letzten Spiel gegen Iserloan. Das könnte das 2-0 sein. So. So, komm, Attacke! Und er und er verfehlt! Mistverdammter! Na dann nicht! Huch! Wieso Ising? Kassel hat doch zuletzt den Puck berührt! Muss ich nicht verstehen! So, und wieder ab nach vorne! Au! Hm! Das Spiel ist vielversprechend! Wollen wir mal gucken, ob wir den Druck auch aufrechterhalten können! Naja! Ich hoffe mal, dass wir den Druck aufrechterhalten können! Wenn nicht, ja, dann hab ich wieder verloren! Oh, Basani! Oh, Basi! Oh, Basi! Oh! Ey! 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 Das... Da war ein Foul! Pff! Pff! Kann nicht wahr sein! Ach nee! Storblettenkasten, Mann! Oh, was war das denn jetzt gerade? Ah, toll! Erste Drittel vorbei heute stehen 1-1! Ganz toll! Obwohl ich davon überzeugt bin, dass das 1-1 Foul war. Oh, nö, 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 nö. Huch, Scheibenkleister. Oh, Kassel hat mal eine Strafe. Ein Wunder ist geschehen. Hoffentlich können wir das Powerplay nutzen. So, auf zu Reimer. Und wieder auf zu Reimer. Und wieder auf zu Reimer. Das Tor bleibt doch einmal im Kasten, Mann. So, Collins. Nein! Ach, Reimer! Natürlich! Uhhh, das war knapp. Gibt's doch echt nicht. Und wieder Mully verloren. Natürlich, die schlagen die ganze Zeit mit dem Stock und kriegen keine Strafe. Ganz toll. Wo sind meine Männer? Ja. Kann echt nicht wahr sein, Mann. Wuss? Puh. Wieso krieg ich in jedem Spiel nur ein Tor hin? Oder fast in jedem Spiel, sagen wir's mal so. Und jedes Bulli verliere ich auch. Schön! Jawoll! Conor James! James! Fein! Und die Führung! Und zugewinne ich wieder an Bulli! Ich bin echt gut! Aaaaah! Was auch James! Was? Na okay? Hmm Huch! Das war ein Fehler. Das war ein wichtiger Fehler. Natürlich! Ja! Ah, zweite Drittel vorbei und es steht 2-1. Ah, wunderbar. Fein, fein, fein. So. Okay, und auf geht's ins letzte Drittel. Ah, was war das? Oh, jetzt wird's Kassel aber wissen. Die spielen ganz schön aggressiv gerade. Ach, Kacke. Ach, ganz toll. Das Spiel ist spannend. Oh, 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 oh. Oh, nein. Och. Och, Leute. Mann, 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 Mann. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Stor, bleib im Kasten, echt, äh. Ah, da fliegt er am Tor vorbei. So, ey, ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich das Spiel wieder verliere. Ich sehe es echt schon kommen. Oh, Leute. Ich wusste es doch. Mann. Kann doch echt nicht wahr sein, Mann. Und 4-1. Jetzt ist 4-1. Äh, 4-2. Ach, komm, 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 komm. Ach, Mann. Es kann echt nicht wahr sein. Lass mich in Ruhe. Toll, ey. Und schon wieder ein Spiel gegen Kassel verloren. Mann. Ich... könnte kotzen. Ich bin mein Letzter, Mann. Naja, was soll's. Egal. Und wieder ein Spiel verloren. Ich hau jetzt Aubert wieder rein. Ja, 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 ja. Gib es nicht. So, das nächste Spiel ist in Frankfurt. Hoffen wir mal, dass wir da wenigstens gewinnen. So, ich war auf dem... Wo war ich? Auf dem 13. Und jetzt bin ich auf dem 13. Haha. Naja, okay. Gut. So, ich beende nochmals die Aufnahme. Habt noch einen schönen Tag. Und bis bald. Tschüss.